hallo herzlich willkommen meine lieben freunde zu diesem kleinen unboxing video heute das erste volume von reader of healer das ist ja vor paar tagen rausgekommen einige haben schon andere müssen darauf warten aber ich habe das jetzt schon parat so wir sehen das ist die limited an card edition es gibt keine nicht limited an card edition aber das bezieht sich wie ihr wisst natürlich auf den sammelschub was uns als erstes auffällt es ist kein fsk logo drauf was einige ja mitbekommen haben dieses volume das erste volume hat keine fsk freigabe bekommen dazu gibt es auch einen kleinen hinweis zeige ich euch gleich ansonsten haben wir natürlich das logo von animon volume 100 prozent unzensiert 100 prozent umgeschnitten und das katukawa logo geben so gern tun wir das ganze mal hier rüber hier haben wir den platzhalter kennen wir ja und das erste media book dann haben wir auf der rückseite natürlich informationen zum annehmen eine zusammenfassung und pack shot mit dem maxi poster zwei soft touch art cards und das erste volume dazu noch mal der hinweis 100 prozent ungeschnitten 100 prozent unsensiert hier unten haben wir dann ein paar screenshots und ein süßes saisonal wird natürlich frei ja hier extravagant aufgemacht und hier haben wir den wahren hinweis bleibst du mal bitte wir haben hier den wahren hinweis ungeprüfte version ohne altersfreigabe verkauf nur an erwachsene keine weitergabe an minderjährigen heißt wenn du nicht 18 bist darfst du es nicht kaufen kommen wir zu den technischen sachen das haben wir hier unten das sind natürlich volume 1 mit ersten vier episoden drauf das ganze in 16 x 9 1080p ist ja klar deutsch dts hd master audio 2.0 sowie die japanische version auch das ganze mit deutschem untertitel wenn man es haben möchte und ist 96 minuten etwa lang als bonus gibt es das clear opening und ending dazu rechtliche sachen und der barcode so das wäre das eine kommen wir zum sammelschub an sich ihr habt ihr noch mal das ganze motiv des sammelschubers dann hier wieder auf jeder und hier die rückseite finde ich am schönsten eigentlich was so clean ist dann holen wir mal das media book raus das media book ist richtig schön aufgemacht finde ich durch das mal hier hin das hier ist das media book einmal die vorderseite bzw die rückseite und das hier ist care und das natürlich freya das kennt ihr ja machen wir das auf dann haben wir schon hier die art cars die erkläre ich allerdings gleich wir haben wir hier die disk ist klar mit dem gleichen design wie eben der sammelschub ansonsten das booklet da gibt es interessante sachen zu den charakteren dann ich habe bloß angst dass ich gleich von kato kawa gestrikt werde deshalb mache ich das etwas schneller so ganz am ende findet sich sogar ein kleiner bonus manga der auf deutsch übersetzt wurde so das wäre als erstes eben kann ich ja hier hinlegen kommen wir zu den soft touch art cars hat einmal und einmal eben freya als motiv ist sehr hochwertig hat so ein hochglanz feeling ist aber matt also wirklich schön verarbeitet dass die seiten freya als abschließendes extra gibt es natürlich dann das maxi poster das habe ich ja schon gesagt das hole ich hier gerade mal raus hier übrigens der platzhalter hat natürlich werbung ups natürlich werbung für zusätzliche volumes dann holen wir mal das maxi poster raus das hatte nicht platz auf dem bildschirm deshalb werde ich das jetzt einfach durchziehen so wir haben hier wieder auf das logo dann freya natürlich mit großer oberweite und dann kea richtig cool gemacht finde ich das design gefällt mir auch wenn ich ehrlich gesagt mir nicht aufhängen werde aus einem gewissen grund es ist nicht selbst so nah ihr wisst ich bin kleiner selbst und deshalb gibt es das eben nicht bei mir im zimmer und ich habe auch keinen platz mehr mal davon abgesehen aber das wäre es dann auch schon mit diesem video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja gibt den ganzen daumen nach oben kommentar in die kommentarbox und aber wäre auch cool aktiviert auch die glocke um kein video mehr zu verpassen wir sehen uns das nächste mal wieder macht's nicht gut macht's besser bis zum nächsten mal wieder 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 bis zum nächsten mal wieder